Hallo, wir sind wieder auf Skitour, heute von Feld aus zum Gantorn. Zuletzt war ich hier 2012, als ich eine Trekkingtour über drei Pässe gemacht habe, darunter Alprundenpass, Chigralpass und Seilfischpass, war auch eine sehr schöne Tour. Es ist im Sommer, ohne Stöcke geht es nicht, deswegen fühle ich mich jetzt nicht mehr. Jetzt geht es hier weiter hoch, noch ein bisschen durch den Wald und da oben ist es dann noch ca. 550 Höhenmeter, ein Stückchenweise noch. Aber sehr schön hier, schöner Schnee, schöne Sonne. Ja. 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 Und hier geht es hoch. So, wir sind in der Alprundpass, da ist die Binderritte. Und hier geht es hoch. So, wir sind im schönen Winter, das für seine Mineralien bekannt ist, wieder die Steine suchen, Kristalle und so weiter und nach dem Altrumpass dort, da ist Italien, ja, alles und im Wallis gibt es eben nicht nur die Hohenberge, die für Tausender, sondern auch Dreitausender und Dreitausender, für Genüge, man muss also nicht immer ganz hoch, schönes Wetter, schöner Schnee, aber jetzt mal die Spitzenkirre machen Ich habe die Kamera gerettet, hier sieht man schon aus Gandekorn, da ist eine alte Militärhütte, hier geht es weiter hoch, das Licht wird schon immer besser, hier sind wir etwas steiler, ein paar Spitzenkirren hochgegangen, da konnte ich deswegen nicht filmen und jetzt geht es hier weiter. Wunderschön, hier sind wir jetzt auf dem Gandekorn, 15 Meter. Ja! 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 Da! Aha! Man accidentally weiß ich die��he? oder das wäre ich sonst hier gut aus? Ja! Untertitelung des ZDF, 2020